Wenn du gerade festhängst, einfach nicht weiterkommst, dann liegt es daran, dass die Gesamtübersicht fehlt, dass dein Gesamtsystem, deine Struktur unklar ist, dass du ein Fitzel-Mosaik-Steinchen hast und nicht richtig weißt, wie das jetzt ins Gesamtsystem hineinzulegen ist. Das heißt also, es geht darum, deine Struktur für dein individuelles System zu schaffen, mit dem du auf der einen Seite für mehr Leichtigkeit in deinem Tag sorgen kannst, weniger online bist und auf der anderen Seite genau durch das präzise, was ist mein nächster Schritt, in der Klarheit, wo muss ich als nächstes tätig sein, auch wirklich Kunden gewinnst, dass da Cash auf dein Konto kommt. Denn lass uns ganz ehrlich sein, alles andere wäre ein Hobby und den Tag kriegst du auch andersrum, oder? Ja. 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 Ja.